Die Agrarrohstoffpreise sind die letzten zwölf Monate ja wieder stark gefallen. Das hat uns auch bei der Inflation entlastet. Aber das Abkommen für Getreidelieferungen aus der Ukraine, das gibt es jetzt nicht mehr. Wie könnte das jetzt kurzfristig weitergehen und wie sieht es mittelfristig aus mit Agrarrohstoffpreisen und auch mit unserer Lebensmittelversorgung? Ich bin jetzt seit Monaten trocken, sagte der Rasen und natürlich auch die Wiese und der Wald und der Weizen und der Mais. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals vielleicht so zehn oder elf Jahre alt. Da bin ich mit einem Bauern, den ich gekannt habe, mitgefahren, mit einem Wagen voll Wintergerste zur Beiwahr, um das da abzuliefern. Bauer hat man damals noch sagen dürfen, heute sagt man Landwirt. Und die Beiwahr, das war damals natürlich der Dreh- und Angelpunkt des wirtschaftlichen Lebens. Und es muss damals ein 30. oder 31. Juli gewesen sein. Da war nämlich dann noch eine andere ältere Bäuerin, das durfte man damals auch noch sagen. Und die ist dann runtergestiegen von dem Anhänger, auf dem sie mitgefahren ist. Das durfte man damals auch schon nicht mehr. Und die hat dann gesagt, jetzt mal frei übersetzt ins Hochdeutsche, Wintergerste Dreschen im Juli. Unfassbar, das gab es noch nie. Tja, und wie sieht es heute aus? Wir haben jetzt Mitte Juli und es wird schon seit Wochen gedroschen bei uns wie verrückt. Zum Teil auch wegen der Notreife. Das Zeug muss ja auch weg vom Acker jetzt. Und die Ernte wird bei uns jetzt vielleicht nicht katastrophal ausfallen unbedingt, aber sie wird garantiert auch nicht gut. Und viel schlimmer ist es noch in Kanada und in den USA in weiten Teilen. Auch da ist es einfach zu heiß. Und auch in Argentinien hat es eine schwere Dürre gegeben und schwere Ernteausfälle. Was hat das alles mit Wladimir Putin zu tun? Sie haben es ja wahrscheinlich mitbekommen. Russland hat dieses Getreideabkommen mit der Ukraine jetzt nicht mehr verlängert. Das Abkommen ist letztes Jahr ja ausgehandelt worden. Und dadurch hat die Ukraine dann eben noch Mais, Getreide, Sonnenblumenkerne und so weiter ausführen können, trotz des Krieges. Und damit ist der Weltmarkt dann eben doch gut versorgt geblieben auch. Und jetzt gibt es das aber nicht mehr. Und die Getreideschiffe, die aus der Ukraine kommen, die werden von der russischen Marine jetzt wieder als feindliche Ziele gesehen. Die Welt braucht aber natürlich irgendwo diese Exporte. Die Grafik hier, die ist aus einem Beitrag von T-Online. Die Daten sind vom World Economic Forum. Die Anteile am weltweiten Export in normalen Zeiten. Drastisch ist es vor allem beim Sonnenblumenöl. Da liegt der Anteil von der Ukraine bei 46%. Das kann man aber wenigstens noch ganz gut mit irgendwas anderem ersetzen. Aber auch Raps 20%, Gerste 17%, Mais 12%. Das sind auch hohe Anteile. Und auch Weizen 9%. Auch wenn das jetzt nicht so nach wahnsinnig viel klingt. Aber das kann sich stark auswirken. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Ernten insgesamt weltweit ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut werden. Weizen ist in Chicago im Wochenvergleich jetzt um 15% gestiegen. Mais ist um 14% gestiegen. Und hier haben wir Weizen. Der Chart ist von Tradingview auf zwei Jahre. Man muss ja eben bedenken, dass er die letzten zwölf Monate stark gefallen ist. Also es hat ja diesen Preissprung gegeben am Anfang vom Ukraine-Krieg. Und dann hat man aber gemerkt, so dramatisch wird das Ganze doch nicht. Und dann ist ja auch das Lieferabkommen gekommen. Und der Preis hat sich dadurch in der Spitze wieder mehr als halbiert. Das Muster kennen wir auch von anderen Rohstoffen. Gas, Öl, Nickel etc. Erst war große Panik, als der Ukraine-Krieg angefangen hat. Dann ist es wieder in sich zusammengefallen. Und wenn ich ein Chart-Techniker wäre, dann würde ich auch sagen, dass bei Weizen, das könnte jetzt so aussehen wie eine Wende auf einem niedrigen Niveau. Wo man auf die Idee auch kommen könnte, dass man sich da vielleicht auf Weizen einen ETC kauft. Das ist jetzt keine Empfehlung von mir oder sowas. Das ist es hier sowieso nie, um das auch nochmal gesagt zu haben. Aber es ist vielleicht auch nicht völlig abwegig im Moment. Und beim Mais ist der Chart auch ähnlich. Da hat man bis vor kurzem noch gedacht, Ja, der Markt ist eigentlich ja ganz gut versorgt. Er ist also im Juni auch nochmal ziemlich abgerutscht. Aber auch da haben wir jetzt die Gegenbewegung. Was hat es jetzt verfolgen mit dem Getreideabkommen? Der Hauptleidtragende ist die Ukraine selber natürlich. Sie ist ja sowieso schon finanziell schwer angeschlagen. Und die Landwirtschaft, die steht aber für 10% vom Bruttoinlandsprodukt und erwirtschaftet auch 40% von den Deviseneinkünften. Aber davon unabhängig höhere Getreidepreise treffen natürlich die meisten Länder, natürlich vor allem auch die armen Länder. Letztes Jahr hat man ja befürchtet, dass speziell in Afrika und im Nahen Osten Getreide dann wirklich knapp wird oder einfach auch viel zu teuer. Und das ist jetzt leider natürlich auch wieder vorstellbar. Wer aber auch stark betroffen ist, das ist China. China ist das größte einzelne Abnehmerland von Getreide aus der Ukraine mit einem Anteil von fast einem Viertel. China ist grundsätzlich stark abhängig von Agrarimporten und ist jetzt wahrscheinlich auch nicht besonders begeistert von dieser Entwicklung. Das war auch mit ein Grund, warum viele gedacht haben, naja, Russland geht vielleicht doch nicht ganz so weit, weil es ja vor allem diejenigen trifft, mit denen Russland ja gute Beziehungen haben will noch. Also China und die afrikanischen Länder. Aber jetzt sieht man eben, dass Russland das trotzdem durchzieht. Es hat jetzt ja auch mehrfach den Hafen in Odessa wieder beschossen. Dabei ist auch wieder Getreide zerstört worden. Es sieht jetzt also nicht mehr so aus, dass Russland da jetzt noch aktiv eine Lösung suchen würde. Russland hat gesagt, von seinen Bedingungen sind auch keine erfüllt worden bis jetzt. Es gibt zwar jetzt keine Sanktionen auf russisches Getreide, aber es gibt natürlich diesen Ausschluss aus dem internationalen Zahlungsabwicklungsverkehr oder auch die Probleme dann mit den Schiffsversicherungen und so weiter. Das hat es eben für Russland auch nicht einfacher gemacht. Das sind aber wiederum Sachen, da wird der Westen sehr wahrscheinlich eben auch nicht nachgeben. Und was noch dazu kommt jetzt? Russland ist natürlich ein Profiteur von höheren Getreidepreisen. Das ist jetzt also eine Maßnahme von Russland, von der Russland auch wirtschaftlich profitiert jetzt. Und das ist ganz anders, als wenn es zum Beispiel Gaslieferungen verringert, weil damit schneidet sich Russland ja auch ins eigene Fleisch. Die Ukraine wird jetzt irgendwie versuchen, dass sie das Getreide auf anderen Wegen aus dem Land kriegt. Und was das Ganze aber nicht unbedingt einfacher gemacht hat, das ist, dass es absurderweise fünf europäische Nachbarländer gibt, die einen Importstopp verhängt haben auf ukrainisches Getreide. Mit Genehmigung der EU, nämlich Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Polen und die Slowakei. Weil das ja bei uns die Getreidepreise runterdrückt. Und das soll jetzt auch nochmal verlängert werden. Was man aber darf, was die Ukraine machen kann, ist, dass sie Getreide durch diese Länder durchtransportiert. Aber die Infrastruktur reicht wahrscheinlich nicht ganz. Es ist alles völlig überlastet. Und das wird also auch auf jeden Fall dauern und auch nicht ganz billig werden. Und was sagt uns das? Erstens, der Ukraine-Krieg ist nicht vorbei. Im Gegenteil. Und an der Börse und an den Rohstoffmärkten auch, da hat man ja so getan, als wäre das Thema schon seit Monaten abgehakt. Aus der Ecke kommt jetzt nichts mehr. Das ist aber zu sorglos gewesen, wie man jetzt wieder sieht. Und ich gehe davon aus, oder hoffe zumindest, dass durch diese Getreideblockade jetzt nicht ein ganz schwerer Preisschub kommt. Aber die Inflation bei uns, die ist eben auch noch nicht beseitigt. In Deutschland sind wir immer noch bei 6,4 Prozent im Moment. Trotz einer starken Entlastung durch gefallene Rohstoffpreise. Und wenn das jetzt aber bei den Rohstoffen auch wieder dreht, dann wird das Ganze natürlich noch schwieriger. Und Getreide ist ja auch nicht das einzige Thema. Es gibt auch immer noch die Möglichkeit theoretisch, dass wir von der Gasversorgung auch abgeschnitten werden aus Russland. Die meisten denken, das Thema ist doch sowieso erledigt. Russland beliefert uns doch gar nicht mehr. Das tut es aber sehr wohl. Über die Pipelines, die über die Ukraine geht und über die, die über die Türkei geht. 15 Prozent von unserem Erdgas sind im Moment immer noch aus Russland. Und die russischen Flüssiggaslieferungen, die nehmen sogar stark zu. Damit haben wir auch unsere Speicher aufgefüllt, um von Russland unabhängiger zu werden. Aber erst diese Woche hat eben die Internationale Energieagentur wieder gewarnt, wenn dieses russische Gas wegfällt, dann kann es im Winter auch wieder nochmal eng werden. Und da helfen auch die vollen Speicher nicht unbedingt was. So viel also zum längst abgehakten Ukraine-Krieg. Und das Zweite, auf das ich raus will, das sind jetzt aber auch schlicht und einfach mal die Agrarrohstoffe. Also, ich vermute, viele von den Zuschauern hier, die sind relativ stark gewichtet, relativ hoch gewichtet im Rohstoffsektor. Haben wir ja hier auch immer wieder behandelt. Was ich aber auch immer wieder feststelle, Agrarrohstoffe interessieren jetzt nicht so viele Anleger. Und klar, Agrarrohstoffe, die sind natürlich genauso volatil und die sind auch genauso kompliziert wie alle anderen Rohstoffe auch. Aber mein Eindruck ist eben auch, dass das mittelfristig, langfristig einer der interessantesten Bereiche jetzt werden könnte. Weil es ist ja zum Beispiel durchaus denkbar, dass man jetzt in 10, 15 Jahren tatsächlich nicht mehr so viel Öl und so viel Kohle braucht wie jetzt. Oder dass man auch viel weniger Lithium vielleicht braucht oder weniger Nickel, weil man für die Batterien dann auch schon was anderes hat und so weiter. Aber bei den Agrarrohstoffen, da gehe ich nicht davon aus, dass sich da die Nachfrage irgendwann mal verringern wird. Die Weltbevölkerung liegt inzwischen bei 8 Milliarden, 2011 waren es noch 7 Milliarden, 1974 waren es erst 4 Milliarden. Sie hat sich also in 50 Jahren verdoppelt. Gleichzeitig verliert die Welt ungefähr jedes Jahr 10 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche durch Bebauung, Erosion und so weiter. Man muss ja Ländern wie Brasilien, die die letzten Jahre ordentlich Regenwald weggeräumt haben und damit wieder mehr Landwirtschaftsfläche geschaffen haben, denen müsste man fast ja dankbar schon dafür sein. Aber das wird jetzt natürlich auch eingedämmt. Und gleichzeitig gibt es in Zukunft möglicherweise mehr Ausfälle durch Trockenheit und Dürren. Gleichzeitig legen Brasilien oder auch Indien gerade große Biotreibstoffprogramme auf. Und das konkurriert natürlich mit dem Lebensmittelanbau. Und gleichzeitig wächst auch der Fleischkonsum. Und die Fleischproduktion, die braucht deutlich mehr landwirtschaftliche Fläche. Jetzt können Sie natürlich sagen, stimmt doch gar nicht. In Deutschland isst doch kein Mensch mehr Fleisch. Es sei denn, es ist gerade Grillwetter. Aber naja, der Fleischkonsum geht hier leicht zurück. Und weltweit sieht es aber völlig anders aus. Hier haben wir den globalen Fleischverbrauch seit 1961. Die Grafik ist von Statista. Vor allem in Asien, wo der Wohlstand wächst, da geht das gerade durch die Decke. Und was aber auch viel Flächen und Ressourcen verbraucht, das ist natürlich die Nachfrage nach Frischgemüse aus den reichen Ländern. Das soll natürlich das ganze Jahr über da sein. Und auch Bio-Lebensmittel erhöhen den Flächenverbrauch. Weil die Flächen ja nicht so intensiv bewirtschaftet werden dadurch. Und billig soll es aber trotzdem noch sein. So wie zum Beispiel der Brokkoli hier. Ernte frisch vom Feld. Der kommt dann eben aus Ecuador und wird erst mal 10.000 Kilometer Schock gefrostet, um die Welt geschippert. Dafür gab es dann auch die Konsumente 2020. Bio ist eben nicht unbedingt auch Öko. Aber wie auch immer. Also das hört sich natürlich alles vielleicht nicht besonders schön an. Aber mir sagt es auf der anderen Seite eben auch, dass der Agrarsektor definitiv ein Wachstumsmarkt ist. Vielleicht jetzt nicht ganz so wachstumsstark wie der Halbleitersektor oder wie E-Commerce. Aber fundamental doch ganz gut untermauert. Und auch bei Aktien gibt es ja da ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten. Landwirtschaftskonzerne, Agrartechnik, Agrarchemie, Biotechnologie auch zum Teil und auch Lebensmittelproduzenten und, und, und. Und meine Frage an Sie ist jetzt, wäre es für Sie interessant, wenn ich hier Agrarrohstoffe und den Agrarsektor auch ab und zu mal behandeln würde? Schreiben Sie mal gerne Ihre Meinung dazu. Ich bin gespannt. Und wenn ja, dann lohnt es sich für Sie vielleicht auch, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen Sie auch gleich, wenn die entsprechenden Videos dann eben da sind. Und dann kriegen Sie die Videos von mir eben auch nachhaltig produziert aus der Region. Ernte frisch auf dem Tisch. Und apropos Agrarkonzerne, jetzt noch ein ganz, ganz alter Witz. Warum kriegen die Bauern kein Aids? Weil es die BayWa nicht hat. Das dürfte man damals auch noch sagen. Gott mit dir, du Land der BayWa. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.